Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Das letzte YouTube-Video, was ich gedreht habe, ist, glaube ich, eineinhalb Jahre her. Aber ihr habt mich so oft danach gefragt, ob ich wieder YouTube-Videos machen kann. Und ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, okay, soll ich wieder anfangen oder nicht? Und ich fange wieder an. Deshalb dachte ich mir, starten wir direkt mit einem Girls Talk, weil es immer sehr, sehr gut bei euch ankommt. Und ich habe euch gefragt, was ihr für Fragen an mich habt. Und wir werden jetzt über ein paar Themen sprechen, wie zum Beispiel die erste Periode, der erste Kuss, das erste Mal und vieles mehr. Wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann weiß ich, dass euch das Format gefällt und dass ich mehr solcher Videos machen soll. Und ich würde mich auch freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr meinen Kanal hier abonniert. Ihr könnt gerne auch die Glocke anmachen. Sagt man das noch? Gibt es hier die Glocke noch? Ja, man merkt, ich habe lange kein YouTube mehr gemacht. Schauen wir mal, ne? Aber ich habe eigentlich so geplant, doch ein Video pro Woche auf jeden Fall, eigentlich zwei. Aber ich lade ja eh sowieso jeden Tag Shorts hoch. Also eigentlich immer so zwei, drei, vier Shorts pro Tag. Und ja, wir legen jetzt direkt los mit der ersten Frage von euch. Es kamen so viele Fragen von euch rein auf Instagram. Ich habe ja einen Fragesticker in meiner Story gehabt. Bitte, bitte Tipps für den ersten Kuss. Der erste Kuss. Ich habe so ein Video schon mal tatsächlich gemacht auf TikTok, aber es wurde gesperrt. Deshalb reden wir heute über den ersten Kuss. Was ich sagen kann, macht euch keinen Druck, auch wenn vielleicht alle Freundinnen von euch oder Freunde alle schon ihren ersten Kuss hatten. Das war bei mir ja damals zum Beispiel so. Macht euch nicht den Druck und küsst einfach irgendwen. Sondern lasst euch Zeit, lasst es auf euch zukommen. Und wenn es passiert, dann passiert es einfach. Macht euch auch nicht so viele Gedanken. Man kann echt nicht viel falsch machen. Also gut, es gibt Leute, die küssen gut und es gibt Leute, die küssen schlecht. Aber gerade beim ersten Kuss, dann wird euch, glaube ich, niemand böse sein, wenn es halt noch nicht so gut klappt. Einfach in die Augen gucken, dann halt Blickkontakt halten, dann kurz auf die Lippen runtergehen und dann wieder in die Augen gucken. Und einfach nebenbei lächeln. Das signalisiert einem Jungen eigentlich immer so, hey, du konntest mich jetzt eigentlich schon küssen? Wenn ihr euch dann küsst, dann ja, mach einfach mit beziehungsweise es, küssen kann man nicht alleine und küssen kann man auch irgendwie nicht alleine üben. Lasst es einfach auf euch zukommen. Probiert es aus und hey, Übung macht den Meister. Mein Fastfreund hat keine Gefühle mehr. Was soll ich tun? In der Tat eine gute Frage. Man kann Gefühle nicht erzwingen. Also klar rennst du ihm jetzt ein bisschen hinterher. Bei Jungs ist es manchmal ganz komisch. Dann musst du Aufmerksamkeit zeigen. Dann musst du sie wieder zurücknehmen. Dann musst du wieder Aufmerksamkeit zeigen, weil wie so ein Jagdinstinkt, das ist mir so aufgefallen. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber wenn jemand gar keine Gefühle mehr für dich hat und sich praktisch sogar bewusst von dir distanziert, dann ist es eigentlich ein starkes Zeichen von Desinteresse. Vielleicht könnt ihr den Kontakt ja irgendwie nochmal wieder auffahren, dass ihr mehr unternehmt, dass er halt mehr positive Assoziationen mit dir hat. Und das wird dich dann halt vielleicht auch vermisst, wenn du halt eben nicht mehr da bist. Aber ja, es ist immer schwierig, gerade wenn du halt alles so geben musst, aber die Person halt nichts für dich empfindet. So wie gesagt, Gefühle kann man nicht erzwingen. Und wenn es halt nicht so ist oder wenn er die Gefühle verloren hat, dann schwierig. Du kannst es trotzdem probieren, aber wie gesagt, ich würde es nicht immer zu krass langen Zeitraum probieren, ihm hinterher zu rennen. Dem schließe ich auch eigentlich die nächste Frage an. Wie vergisst man einen Typen? Also gerade wenn du viele Gefühle für einen Typen hattest und echt verliebt warst, dann ist es natürlich schwierig, den zu vergessen. Dann gibt es natürlich Methoden, die manche anwenden, sei es sich im Clubleben zu verlieren und Alkohol zu trinken oder mit Eis auf dem Bett und einfach ihm hinterher zu trauern oder einfach so weiterleben wie zuvor und irgendwie alles in sich reinzufressen. Ich denke, es gibt da jetzt keinen richtigen Weg, um ihn zu vergessen. Was auf jeden Fall hilft, ist Ablenkung. Also wenn du dich gerade getrennt hast oder wenn du über jemanden hinwegkommen möchtest, dann hilft auf jeden Fall Ablenkung. Frag Freundinnen, ob sie was mit dir machen, ob ihr was unternehmen gehen könnt. Unterhalte dich mit denen über irgendwas anderes, nur nicht über ihn. Also dann unternimm was, such dir ein neues Hobby, geh vielleicht ins Gym. So viele Hard-Broggen-People sind im Gym. Das ist the reason why I... Nein, mir macht die Fitness ohne mal Spaß. Aber an sich einfach was machen, aktiv sein, ablenken, Kopf freikriegen ist immer gut. Und auch wenn du dir kein neues Hobby oder so suchen willst, dann fokussiere dich auf Uni oder Schule und zieh da richtig durch. Weil die Person kommt vielleicht nochmal zu dir zurück, wenn sie sieht, dass aus dir was geworden ist. Aber wir wissen es nicht. Ach, ich will jetzt auch nicht zu tief da in die Materie reingehen. Mit wie viel Jahren das erste Mal? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist voll unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die hatten das mit 14. Mit 14 habe ich noch mit Schleichthieren gespielt. Ich glaube, das hat sich generell auch voll verändert. Also wie 14-Jährige jetzt so krass drauf sind. Ich war mit 14... Ich habe auch mit 14 noch nicht daran gedacht. Also klar, vielleicht hat man mal drüber nachgedacht. Aber ich hatte so null das Interesse oder Bedürfnis danach. Deshalb wartet einfach ab. Wenn ihr bereit dafür seid, überstürzt es nicht. Hier auch wie beim ersten Kurs macht euch nicht davon abhängig, was andere Leute machen. Seid einfach für euch selbst und wartet ab, bis ihr jemanden kennenlernt, für den es sich wirklich lohnt, das erste Mal mit der Person zu haben. Und die halt euch auch wertschätzt und nicht einfach nur, wenn mit euch schlafen will, sondern die halt auch acht gibt. Weil gerade beim ersten Mal ist es halt schon wichtig. Nicht, dass jemand euch ausnutzt und halt gerade beim ersten Mal kann es halt doch mal passieren, dass es wehtut. Und wenn ihr euch nicht fallen lassen könnt für diese Person, dann kann es halt wehtun. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb, ich kann auch gerne mal ein Video generell um das erste Mal machen oder ein generelles Video zum Thema erster Kurs, wo wir nochmal ausführlich darüber sprechen und ich euch einfach Tipps gebe. Oder ich frage euch nach Tipps und dann können wir uns gegenseitig Tipps geben. Da hätte ich, glaube ich, noch viel mehr Lust drauf. Ich wollte das Video für den Anfang extra nicht zu lang machen, damit wir einfach erst mal schauen, so gefällt es euch, gefällt es euch nicht. Wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, wahrscheinlich noch diese Woche. Deshalb abonniert unbedingt den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und spätestens nächste Woche sehen wir uns beim nächsten Girls Talk. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao.